Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA San Andreas. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich, Dankeschön erstmal für das Feedback auf die letzte Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da, lasst auch gerne einen Kommentar da und macht unbedingt beim Gewinnspiel von meinem Partner Instagram-Gaming mit. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch mit der nächsten Mission. Wir wurden ja beim letzten Mal verraten, wurden abgeschleppt quasi oder weggeschleppt besser gesagt von den Bullen. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir halt hier irgendwie den Fotografen nehmen und spielen. Schauen wir doch einfach mal. Bam! Erstmal weg hier mit dir. So, Freunde, ich habe ja beim letzten Mal gefragt, wie viele Missionen. Ich habe selber nochmal nachgeguckt. Im Internet steht 100 bzw. 101. Das Spiel mit den meisten Missionen ist San Andreas. Aber wie ihr wahrscheinlich selber wisst, ist es nicht das längste. Denn, äh, viele Missionen gehen ja relativ schnell eigentlich. Aber 100 Missionen bzw. 101 irgendwie so, da sind sie sich auch nicht so wirklich einig. Aber, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also kann man schon wirklich sagen, wir sind ungefähr ein Viertel drinnen im Spiel. Erst, erst ein Viertel. Ja, das ist... Ja, das ist halt, äh, lange Games so. Also, das Problem auf YouTube ist halt immer so mit den... Oh, scheiße, ich habe jetzt nicht geguckt. Ich wollte so auf cool auf, äh, seitliche Kamera machen. Das Problem ist mit so langen Games... Ich habe damit gar kein Problem. Aber es nimmt halt von Folge zu Folge immer mehr ab, immer mehr ab. Und dann denkst du dir vorher, bevor du so lange Games anfängst, lohnt sich das? Lohnt sich das denn bei Folge 30? Wie viel gucken da noch zu? 20 Leute? Da könnt ihr euch in den Stuhlkreis setzen. Machst den Fernseher an und dann machst du Live-Kommentar dazu am besten. So mäßig. Naja, das ist natürlich jetzt übertrieben gesagt. Aber ihr wisst schon, denke ich, was ich meine. Das ist halt immer so die Sache, weißt du? Naja, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht. So. Jetzt schauen wir aber erstmal hier die Mission. Paparazzi. Paparazzi. Kannst du auch nicht mehr hören, den Scheiß-Song, ne? So. So, hier sind wir aber richtig. Ist natürlich auch geil gewesen, dass ich mir direkt ein Motorbike geholt habe. Passenderweise. Als wüsste ich was... Ne, ich wusste es nicht mehr. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe das Spiel gespielt, aber vor 17 Jahren. Und seitdem habe ich es nie wieder gespielt. Seitdem habe ich es nie wieder durchgespielt. Oder halt wieder gespielt, besser gesagt. Hüte dich vor der Polizei. Oh nein. Oh nein. Und deswegen... Also so alles parat habe ich halt auch nicht mehr, weh. Nach 17 Jahren. Und tausenden von gespielten Spielen seitdem. Hunderte von durchgespielten Games. Da kann man sich jetzt nicht alles merken. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich hasse so Schleicherei, weh. Ich hasse so Schleicherei bei Games, wo die Steuerung einfach nicht perfekt ist für sowas. Come on, come on, come on. Ach so. Aber man muss sich gar nicht reinschleichen. Oh, oh, oh. Und Schleiche. Ich Schleiche. Ich dachte, ich müsste mich reinschleichen, sonst wäre die Mission direkt abgebrochen, weißt du? Äh, ist ja easy. Dann ist ja easy. Dann ist ja easy. Alter, ich habe mich dann tatsächlich reingeschlichen. Ich zieh dir. Was geht? Was geht denn, Mensch? So, raus hier, ey. Hauen wir ab. Ich bin mal echt gespannt, Freunde. Worauf hättet ihr Bock bei einem neuen GTA? Auf was für ein Setting, ey? Geil wäre es ja, wenn sie mal wirklich langsam Europa wieder reinnehmen würden. Und ja, ich sage wieder. Und jetzt einige. Äh, wie, was? Ja, es gab mal, es gab mal ein Europa-Setting. Und zwar London. London war, glaube ich. London. War das London? Doch, es war London doch als ab. Oh. Kein Problem. Oh, scheiße. Ich glaube, als Upgrade-Add-On für GTA 2. Oder? Wie war das? Ich habe es nicht gespielt, aber natürlich schnappt man es irgendwann mal so auf. Das wäre natürlich... Also, England... Ich weiß nicht. Muss ja nicht unbedingt sein, aber... Hm. Weiß nicht. Was könnte man dann nehmen für ein Setting? Die Frage ist ja auch, wie groß machen sie es? Ich muss ehrlich sagen, es muss nicht... Also, für meinen Geschmack muss es nicht unbedingt größer als... Also, umfangreicher als GTA 5 sein. Gerne so groß wie GTA 5, nur halt vielleicht noch ein bisschen... Noch ein bisschen vollgepackter mit noch mehr Möglichkeiten oder sowas. Ich glaube, das würde mir persönlich reichen. So, jetzt kommt wahrscheinlich ein Anruf. Oder? Ja. Das war's. Das war's. Okay, cool. Ich speichere jetzt erstmal. So. Und früher auf jeden Fall immer Speicherstand. Das hat eigentlich auch jeder gemacht, glaube ich, oder? Speicherstand immer beim Jetpack, oder? Das hat auch jeder gemacht, glaube ich, bei San Andreas. So, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Ist das gut? So, wie viel Fahrer? Hä? Kann ich direkt eigentlich schon nach Hause fahren gefühlt? Junge, ist das eine Fahr... Oh. Naja. Was soll ich jetzt erzählen? Ich bin überfordert. Scheiße, bring schnell ein Thema. Äh, Freunde, wie ist das Wetter bei euch? Bei mir ist es heute ein bisschen regnerisch gewesen. War ein bisschen doof. Ich wollte rausgehen und dann hat's geregnet. Dann wurde ich nass. Ja. War doof. Aber ich musste raus. Ende der Geschichte. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Sieht so aus, als wenn hier irgendwie was fehlen würde. Da baut es... Ja, es hat tatsächlich was gefehlt. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Ich glaube, ich werde aber trotzdem den Weg ein bisschen abkürzen. Und wegschneiden. Das ist echt ein bisschen zu lang jetzt hier. Kompletter Leerlauf. Karl, was ist mir? Sweet, was ist going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man. I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Okay, gut, dann haben wir den natürlich mit drin, den Anruf. Ist klar. Ich habe ja gesagt, wenn irgendwas Spannendes passiert, nehme ich das alles mit rein. Okay, Freunde. So, jetzt sind wir aber angekommen. So, steig mal ab, bitte. Come on, bitch, get off. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Prezie. Lady, I'm a God-faring, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Uh, ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Cesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight, it's a good plan. I've cased four soft targets. Äh, ja. Gib da Mansilias an, herfah. A leaker store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillemor, and a bedding shop in Montgomery. Hold up, which one first? To the driver, you thump pig, you choose. Woo, yippie, stunt. And there, you go. I'll blow your balls off. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, Marikun. Change your plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Alles klar, die ist eisgeil, die Brot. Okay, okay. Geh doch mal weg, ey. Nerv nicht. So. Perfekt. Am liebsten... Oh, scheiße, jetzt habe ich den Weg verpasst. Muss jetzt der Regen sein, ey. Das ist kaum aushaltbar mit dem Regen. Guckt mal nur starr in die Mitte jetzt. Euch fallen die Augen aus nach einer Weile. Junge, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum, warum, ey? Schenk doch, schenk doch, den geht ja erst mehr Liebe. Die haben doch mehr Liebe verdient. Alter, es hypnotisiert mich richtig, der Regen. Ohne Witz. Oh, mir wird es schwindelig. Oh, ich kann nicht richtig hingucken. Ohne Witz. Ich kriege einen Anfall, ey. Haben die eine Warmmeldung rausgegeben? So einen epileptischen Anfall? Warmmeldung? Boah, ich dachte, da nicht so sehr hingucken. Ich muss so machen. Nee, das ist noch schöner. Boah, Alter, das ist ja ganz schlimm. Boah, ich gucke von oben. Ja, besser. So ist besser, ey. So ist besser. Ich muss das Spiel austricksen, ey. So, so. Jetzt sind wir nämlich schon da, ey. Alles gut, Leute. Alles gut. Ich mach das schon für uns. Wir haben eben einfach überlebt. Hallo, Mr. Whittaker. Catalina, was hast du mir heute gebracht? A RIG and TANKER. Full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Sympathisch. Supersympathisch auf jeden Fall. Um hier zu... Ne, Truck Mission hab ich gebraucht. Warum haben wir denn jetzt Muskeln bekommen? Keine Ahnung, geil. So, da jetzt nichts angezeigt wird, fehlt wahrscheinlich der Anrufloch, ne? Steigen wir mal ab kurz. Steig doch ab! Ja. 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 Alles klar, Mann. Kaum sind wir hier außerhalb der Stadt, äh, rufen direkt irgendwelche zwielichigen Personen, ne? Und direkt einfach wieder zurückwarnen. Direkt wieder einfach komplett zurückfahren. Okay. Mach ich das, wenn das Motorrad mal von der Stelle kommen würde. Alter, ich drück komplett durch. Junge. Ach, das ist... Was ist denn? Ach, komm, egal. Scheiß auf, wir sehen uns gleich in der Stadt, ey. Das ist ja unfassbar hier, was hier gerade abgeht. So. Okay, Freunde. Da sind wir doch schon wieder. Okay, CJ. Weiter geht's, weiter geht's. Nächste Mission. Hallo? Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. We and you are going to deliver it for us. Hey man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here man. Welcome, friend. So? Carl here is going to be paying you your money. What you talking about? Now Carl, I got a real do-good of fucking with me. And I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's going to ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl. Pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed outsmoking me, Hunter. What are you, dude? FBI? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it. Then you can pay me. Namaste, Carl. Von ihm war auch die Mission, wo man das Feld abgebrannt hat, oder? Später? Ich glaube, ja. Gut, das sind wie gesagt so vereinzelte Sachen, wo man sich noch daran erinnern kann. Oh ja, hier waren ja immer die mega langen Fahrten. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wo denn damals so die Diskussion war, musste das sein, weil dazwischen ja nichts passiert. Es passiert ja nichts Krasses, Spannendes. Da sind wir schon, da sind wir schon. Hallo. Mr. Miedresher. Okay. Das soll mich jetzt beeindrucken, oder was? Dreckig in der Hände. Nö. Alter. Her mit der Knarre. Nice. Her mit der Schaufel. Ich muss einen totfahren damit. Die laufen wie Zombies. Ey, zack. Ey, geil. Ey, geil. Alter, fliegt das Ding. Geht doch weg, ey. Den steh ich auch mal mit. Alter, geil, ey. Also für, also es hatten einige gefragt, welche Version ich spiele. Ich spiele die ganz normale Version im deutschen Xbox-Zall. Also es ist die deutsche Version. Also, die haben die Uncut-Version jetzt rausgehauen bei uns. Also es ist ja, wie gesagt, alles andere wäre ja auch frech. Heutzutage, wenn das nicht erlaubt wäre, dann, weißt du, was will man dann? Was, was, also, weißt du? Oh, warum habe ich das getan? Ich weiß es selber nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Oh, Alter, ich slide hier lang. Hilfe! Hilfe! Ach du Scheiße, Hilfe! Warum habe ich das getan? Bitte nicht! Oh, nein! Scheiße. Scheiße, ich muss das normal machen. Egal, wenn das was wäre, das lasse ich drinnen. Scheiße. Oh, nee, du... Oh, Mann. Okay, 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 okay. So, 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 so. Okay. Jetzt soll es klappen. Okay. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the hoop-de-do is ready. Just make sure you get that cash. Hey. Carl, it sees her. What's up? Fast-thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas is all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor. They don't mean jacking Los Santos now. My OGs, my Ss, all dead are in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine. Rinse you in Kindle with Trailer and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of and, eh? No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Geht der richtig drunter und drüber, eh? Alter, guck mal, selbst bei der Mission kriegen wir nur Respekt, ey. Und keine Kohle, ey. Was soll das, ey? Wir brauchen Kohle. Na, ja. Boah, geiler Wagen, ey. Geiler Wagen, ey. Richtig nice, der Wagen. Sehr, sehr cool, ey. Ey, ich sag, also, jetzt... Ab dem Zeitpunkt, wo wir hier angekommen sind, ist die Scheiße so heftig am Dampfen, direkt. Eine Scheiße nach der anderen, eine... Mission nach der anderen. Es geht richtig voran, ey. Es geht richtig ab, ey. Es geht richtig ab. So, okay, 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 okay. Da sind wir doch. Gucken wir nochmal in die nächste Mission rein, oder? Ja. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home, and I'm gonna cap me some fucking dog dealers. Ey, look. You going to the body-o with that Big Willy bullshit, and you gonna get shrink. And I ain't losing you over no macho bullshit. Ey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke, and those chota pigs, Ted Benny, and, and... Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yet. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow-for-life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fiero, and the truck comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fiero. Maybe I'll see something. Just, just lay low, and I'll be back. Hello? Where'd you be at, Carl? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... No, no! You'll be hanging out with those stinking-puters! No, no! If you just let me... It's silent! Get out here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Alles klar. Alles klar. Ich sag ja, die Al ist richtig sympathisch, ey. Wo ist die denn jetzt? Da oben? Boah, Alter. Jetzt erinnere ich mich. Von Mission zu Mission. Ah, stimmt. Das war hier richtig lange Fahrrad. Ach, äh, Freunde. Ich würde sagen, es ist halt schwer jetzt. Ich hab jetzt nicht exakt auf die Sekunde genau geachtet, wie lange ich durch die Gegend gefahren bin. Und, äh, um das dann von der Gesamtzeit, wo ich aufnehme, abzuziehen. Aber es sollte auf jeden Fall lang genug sein, die Folge. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal. Falls ihr Bock habt, lasst mich das gerne wissen. Unterstützt die Videos, Freunde. Und, ähm, ja. Danke fürs Zusehen erst mal, Mann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.